Ja. So, jetzt ist die Frage... Warte mal. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Ah. So, so, warte, was ist passiert? Was macht ihr? Warum Alarm? Was ist passiert? Marvin, komm. Was ist denn los? Ach du Scheiße. Was ist passiert? Was ist passiert? Warum piept das? Warum piept das? Packs? Ach du Scheiße. Oh Gott. Ist jetzt wieder alles gut? Und? Alle tot jetzt. Was muss ich denn machen? Ach du Scheiße. Wie konnte das passieren? Einschalten. Aber die warten doch an. Sie sind auf Auto. Und jetzt? Warten. Okay. Oh Gott. Das war eine Maske unten. Ach du Scheiße. Sind alle tot? Althorn Cutout. Ich weiß nicht wo das ist. Alle Detke. Ja das ist ein kleiner Katastrophenflug. Jedenfalls aber auch mal die schönen Sachen. Ich habe Essen. Ich habe Set of Fresh Essen. Ja aber das wird doch wohl gleich wieder gehen oder was? Also die sind ja jetzt nicht tot tot. Alle Elmo ist tot. Leute was muss ich drücken damit der Ton ausgeht? Das ist alles wieder gut. Das hat es von allein gefixt. Haha. Alle tot. Quatsch. Da ist ja genug Sauerstoff in den Masken. Jetzt tut nicht so wie Jesus Christus. Seht ihr alles wieder in Ordnung? Nein. Ich komme nur ins Zimmer wieder rein und ich sehe. Haha. Großartig. Ja. Vielleicht ist das. Ähm. Jetzt zeige ich euch wieder.